Auftrag? Wir haben kein Geld, das der Rede wert wäre. Und meine Schwester ist zu alt für eine Ehe. Weißt du, wo Alfida festgehalten wird? Mal wieder dort, wo es dem König beliebt. Im Gefangenenlager bei Brandwode. Weit im Westen. Ich bringe sie zum Seehaus nördlich davon. Triff uns dort, wenn du willst. Wenn du versprichst, sie zu finden, komme ich. Oh. Chris. Das ist schon weit. Reit hier nicht. Du bist nicht überrascht. Wo ist mir Reit hier? Nicht verfügbar. Reit hier nicht überrascht. Das ist schon wirklich da hin. Nein, du bist nicht überrascht. Hm. Die Sack erlang. Fast menschlich, aber... Was gibt es jetzt unterwegs? Ich will mal ein paar Sachen unterwegs erledigen, weißt du? Muss doch nicht mal direkt die Quest machen. Wo wusstest du hier Sorgen? Oh Mann, nass wie ein Bitterlandsbädel. Dein Traum. Augen wie Glas, so klar, so vorwurfsvoll. Bitte mein Schatz, du musst mir verzeihen. Ich kann nicht schlafen, nicht essen. Mit wem sprichst du? Hier ist niemand. Jetzt sind wir auf ewig beisammen, Frau. Du weißt nicht von meiner Seite. Flüsterst mir ins Ohr wie ein Mottenflügel. Wo kommt das Weglagen her? Es ist, als würden die Wände vor Angst schreien. Dieser Mann wird von einer Missetat heimgesucht. Das ist jetzt ein Hexerspiel, oder? Deine Haut war blass wie ein Bitterlandsbädel. Dein Haar vertaumt. Augen wie Glas, so klar, so vorwurfsvoll. Und doch so schön. Du, du hast auf die Fäden gepustet und sie sind zerrissen. Sie sind weg. Staub und Knochen. Staub und Knochen. Du hast etwas Unverzeihliches getan. Ich rieche die Schuld hinter dem Verwesungsgeruch. Lernen erstmal Damage machen. Wirkliches Gefahr sei, ich kann dich in den Wecken kratzen hören, weil du kannst mir keinen Moment Frieden kratzen, kratzen, kreischen, kreischen, heilen. Das ist ein Rapper, oder? Netzt mich an den Mörder. Ich habe dich geliebt, doch dann hörte ich, wie du mit den Spatzen Intrigen ausgeheckt hast. Die ganze Nacht lang, unter dem Mond, Renko und Komplette, um mir mein Geld zu stehlen, um meinen Geist zu verwirren. Du hast mich gezwungen, dich zu töten. Es tut mir leid. Wir lieben uns auf ewig, auch im Tode. Er hat seine Liebste ermordet. Kein Wunder, dass ihm die Schuld den Verstand raubt. Não, nicht mehr. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ahem. Äh, äh, äh. Und das ist zu wenig? Achso. So, auf den Weg nach da hin, habe ich da noch mehr. Genau. Theoretisch kann ich direkt da hin, wenn ich will. Bitte da noch was, aber da bin ich jetzt dann vorbei. Ich bin nicht zurück. Deswegen. So, direkt. Ich will mich in Stil machen und dahin reiten. Oho. 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 Ist das Leder? Wir lassen uns an, wie auch... Ich denke, dass ich nicht mehr lege. Das kann nicht sein. Ich denke, dass es nur ein Teil der Lege ist. Aber ich denke, dass ich nicht mehr so... Ich denke, dass ich nicht mehr lege. Ich denke, dass ich nicht mehr so was. Das ist doch das Schöne, das ist doch gut. Ich habe den Ropail aber gut. Überblicke das Land, Freundin. Das ist das. Das kann schon hin kommen. Was ist das? Schlecht! Gift! Oh! Ja, ich bin da gerne weg, aber ich kann nicht! Was? Okay. Das hatte ich auch noch nicht. Ich darf da in dem Bereich keine Pflanzen essen, sonst bin ich weg. Unheilvoll. Auf diesem Land leistet ein dunkler Sader. Machen wir nochmal. Diesmal esse ich aber keine Pflanzen. Was? 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 Der ist einfach. das war schon einfach das war schon wir haben die 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 Wiedersehen, wiedersehen. Ich weiß ehrlich, aber nicht warum ich so spät eigentlich noch koche. Also gut, ich weiß schon, weil ich Hunger habe, aber gut ist das nicht. Ah, nicht kalt noch, Kiro. Jetzt rennen wir wirklich. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, spiel, stell es ab. Heute ist echt ein scheiß Tag. Oder? Heute ist echt komisch. Er ist eine verpackte Quest. Heute stößt das Spiel ab. Heute ist echt... Geil. Der Montag. Nicht der Montag. Der Montag. Nicht der Montag. Der Montag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 kommt doch eine verarschung gleich ich will kurz einmal gucken wie der aussieht nachher erstmal zurück in die siedlung und dann diesen stil drauf packen die nahrung war ja voll ja er bleibt jetzt so weiter so ja 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 das ist jetzt ja komm dann kämpfen jetzt alle er hat so gewollt dann wird er gekämpft ja 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 das ist nichts in der Selin 05, danke für den Follow. Oh Gott, das war schwer. Ah, ist sie da drin. Ah, komisch. Ist das halt. Ah, toll. Grün ist reichiges Wasser. Hallo. West. Ja, Mann. Handen, Kopf auf die Beine. Ein Traum. Der neben. Du stirbst du. Noch einmal. Oh, hallo, großer. Oh, nett. Oh, nett. Ah, scheiße, der. Ah, komm. Das Stück kommen wir nicht durch, Alter. Dieser Schlüssel sollte Alfidas Käfig öffnen. Ergelegi? Ne, doch nicht. Können wir hier drin lassen? Können wir hier drin lassen? Ihr müsst die tragen. Können wir die wirklich hier drin lassen? Ihr sperrt mich hier ein. Was geht hier vor? Fest nicht zu denen. Ganz ruhig. Ich bin hier, um dich zu befreien. Ich kann nicht gehen. Mein Knöchel. Sie waren nicht gerade sanft zu mir. Dann werde ich dich tragen. Wer bist du, dass du so viel riskierst, um mich zu retten? Ein Freund. Von Elorik? Geht es ihm gut? Der arme Junge. Nicht von deinem Bruder. Von jemandem, der eine Freundschaft wiederbeleben will. Oh ja. Oh ja. Wohin soll ich hier nicht tragen? Ah, halt mir. Mein Knöchel. Oh, diese Schmerzen. Meine Knochen-Schmerzen. Mein Bein. Es tut weh. Wir sind bald da. Sie schlugen mich. Bei den Heiligen. Du bist es, Schwester. Gesundheit. Ruhe dich nur aus. Bald wirst du wieder auf den Beinen sein. Ich nicht.